Einfach zusammen – 2020 anders erleben Ein Film der Behindertenbeauftragten und des örtlichen Teilhabemanagements Burgenlandkreis Am 5. Mai 2020 haben es sich der Bereich der Behindertenbeauftragten mit dem örtlichen Teilhabemanagement des Burgenlandkreises sowie die Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Naumburg nicht nehmen lassen, eine Aktion auf dem Naumburger Markt zu veranstalten. Mit bunten Luftballons und kleinen Geschenken zum Thema Inklusion wurde die Innenstadt Naumburg geschmückt. Die bunten Päckchen waren ein Hingucker und Gesprächsthema für alle Passanten. Neben Stickern und Button wurde der Protesttag auf Postkarten mit Blindenschrift erklärt. Zur Eröffnungsfeier zum Aktionsmonat im vergangenen Jahr hatte sich neben dem Oberbürgermeister Herrn Küper auch der Landrat Götz-Ulrich zu Wort gemeldet und den Staffelstab auf dem Naumburger Markt übergeben. Mit einem vielseitigen und bunten Programm wurde gemeinsam gefeiert, getanzt und gelacht. Das örtliche Teilhabemanagement wird aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds und aus Mitteln des Landes Sachsen-Anhalt finanziert. iktion Vielen Dank.